Das bin ich, Rudi Esser. Das ist mein Vater, Präsident und Torwartlegende von Ultimo 03. Er wollte aus mir den besten Torwart der Welt machen. Ich hatte einfach nur Angst vor Bällen. Deshalb beendete ich meine Karriere mit Eintritt in die D-Jugend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017